Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem kleinen, identierten Gameplay hier auf dem Kanal. Und heute spielen wir Mario Kart 8 Deluxe. Und wir spielen die No-Coin-Challenge. Das bedeutet, ich muss mit null Münzen ins Ziel kommen. Und sollte ich, bevor ich die dritte Runde beende, noch Münzen auf dem Konto haben, muss ich mich so oft treffen lassen, bis ich null Münzen habe. Das ist nicht so easy. Ich habe schon ein paar Testrunden gemacht. Es ist ziemlich heftig, weil man ab und zu keiner gewissen Münze einfach nicht ausweichen. Und sobald man mehr als drei hat, muss man sich auch mehr als einmal treffen lassen. Das heißt, man muss sich taktisch im Spiel auf die Fresse geben lassen, um die Münzen wieder zu verlieren. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Als Charakter habe ich Knochen-Trockengenommen. Weil ich dachte, der ist ja Knochen-Trocken-Arm. Okay, der war schlecht. Lass uns anfangen. Okay, wir fangen auf Big Blue an. Und das könnte sogar machbar sein. Das könnte sogar sehr gut machbar sein. Ganz einfach aus dem Grund, dass man hier die Münze nur bekommt auf diese... Ich habe schon zwei Münzen. Und wir spielen die No-Coin-Challenge. Ich muss mit null Münzen ins Ziel kommen. Und sollte ich, bevor ich die dritte Runde beende, noch Münzen auf dem Konto haben, muss ich mich so oft treffen lassen, bis ich null Münzen habe. Man startet das Rennen mit zwei Münzen, ist das dein Ernst? Ja, okay, aber ich werde es eh safe einmal getroffen, mindestens. Also ist das eigentlich echt machbar. So, man darf nicht... Ich darf nicht auf diese lilanen Felder an der Seite fahren, sonst kriege ich Münzen. Und das ist was Schlechtes. Ich meine, wer will schon Geld? Ich hole mir erst mal das Cash da oben. Genommen. Okay, da sind unsere Münzen schon weg. Alles gut. Alles gut. Wir hätten uns sowieso einmal treffen lassen müssen. Aber 10. Platz ist nicht akzeptabel. Wir nehmen die abkürzung. Ich weiß nicht, wie sie geht. Aber wir nehmen die. Ich glaube hier, ne? Ich bin so gut. Ich bin... Leck mich am Arsch. Sammel keine Münzen an. Scheiße. Sammel keine Münzen. Ich habe vier Mün... Ich habe vier Münzen. Okay, jetzt hätte ich eh getroffen, oder? Triff mich! Warum trifft mich der Rote Panzer nicht? Ja, gut. Der Grüne hat mich getroffen. Okay, jetzt muss ich noch eine Münze verlieren. Triff mich, Rote. Rote, triff mich. Das ist nicht dein Ernst. Okay, ich muss runterfallen. Ich muss runterfallen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Fuck my life. Als ob mich da nichts trifft. Und wir beenden das Rennen. Da will man mal getroffen werden. Oder nee. Das sind zwar Rote. Die haben heute keinen Bock, dich zu treffen. Komm, wir kommunizieren mit Zain. Er ist unser Best Buddy. Oh, ich konnte nur einmal losgehen sagen. Aber es fühlt sich bestätigt. Und jetzt denkt er, ich wäre sein Freund. Aber ich bin nicht sein Freund. Let's go. Wie die Schanzen kann ich auch mitnehmen. Ohne mir die Münzen. Das ist ein Ausscheiß. Das war schlecht. Scheiße. Fuck it. Fuck it. Erster ist irgendein Japaner. Wer auch sonst? Zweiter ist ein Chilene. Hat man in Chile überhaupt schon Internet? Ist es nicht da, wo die Bauern noch mit dem Brunnen... Mit dem... Mit ihrem... Mit ihrem Eimer zum Brunnen laufen? Immer noch vier Münzen. Trefft mich doch mal einer! Oh ja, da kommt die Rote. Sehr gut. So, jetzt kann ich mir sogar noch zwei Münzen leisten, ne? Dann verliert er immer drei. Egal, ob man runterfällt oder getroffen wird. Also, alles noch entspannt. Ich... Ich würde gerne mal, wie gesagt, mitnehmen. Ohne mir... Oh, ich habe eine Münze eingesammelt. Egal. Alles, alles gut. Oh, die hat drei Rote. Die hat drei Rote. Wie konnte ich da gerade nicht getroffen... Wie konnte ich... Okay. Wir haben null Münzen. Wir haben den Status erreicht, den wir theoretisch brauchen, um das... Ah, halt der Maul. Okay. So. Ich habe ein Münzproblem. Nämlich genau zwei. I got 99 Problems, but the coins are only two. Kauft meine EP. Und ich bin auf Platz 7. Das ist... Ich habe drei Münzen. Okay, jetzt... Oh, fuck mal. Die Pflanze muss mich essen. Die Pflanze muss mich essen. Sie isst mich nicht. Nein! Ich habe eine Münze! Ich muss die Banane mitnehmen. So, zack. Fannst die... Ich bin letzter. Bin ich letzter? Nee, ich bin vorletzter. Ich glaube, der Typ wurde überrundet, der Lakitu. Oh, fuck mal. Wenn du das reinschneidest, Matthias. Hyrule, beste Strecke, EOW. Safe. Deswegen muss jetzt auch eine gute Platzierung her. Wir sind... Wie viele Leute? Guck mal, wie die Wachen da an der Seite stehen und mir zujubeln. Hywie! Du bist der beste Fahrer, den wir kennen. Ich starte schon wieder mit drei Münzen. Das ist doch ätzend. Aber ich versuche, die ersten Runden noch so safe wie möglich zu fahren. Und dann irgendwann mit einem hoffentlich guten Vorsprung in der letzten Runde einmal meine Münzen abzugeben. Das ist mein Ziel. Ob ich es erreichen kann? Keine Ahnung. So. Komm, da öffnet jetzt jemand die Abkürzung. Öffnet... Sehr gut. Und ich habe alle meine Münzen verloren. Top! Fick. Ich wollte noch rufen, mach die Abkürzung auf. Und da war sie auf. Und dann schubst mich jemand zur Seite und ich habe eine Münze. Ey, sehr geil, dass es hier diese Münz-Skins gibt. Hätten zurück öfter machen können. LOL! Übel verdriftet! Aber ich bin der schlechteste Mario Kart-Spieler in Uganda. Alles gut. Alles gut. Es ist... Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, über was ich mich ärgern soll und über was ich mich freuen soll. Es ist schlimm. Die Challenge destroyed mein Brain. Oh, Leute. Übelst gelegt durchgedriftet. Durch die Münzen. Kass. Yep, 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 yep. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Immer noch keine Münze. Sechs Donken-Stern. Nein! Dräng mich nicht! Ich wurde in die Münze gedrängt. Fuck mal los. Na. So. Fuck, ich muss mich... Ich habe drei Münzen. Ich muss mich jetzt einmal treffen lassen. Ich lasse mich bei der Pflanze vorne treffen. Hier. Friss mich. Scheiße. Verkackt. Okay, die trifft mich. Aber ich habe wieder eine Münze. Nein! Warum werden die mir immer so kurz vor Ende reingedrückt? Ich muss mich... Ich kann... Ich dachte wirklich, ich war ein kurzer Moment, ich wäre gut. Ich dachte echt, da wäre Potenzial in dem Rennen. Aber irgendwie war es nicht da. Oh, scheiße. Oh, Yassin fällt mit. Oh, oh boy. Jetzt ist er in der Community am Start. Leck mich am Arsch. Du wirst destroyed, meinst du. Let's go. Ich habe sechs Münzen. Sechs Stück. Sieben, acht, neun. Jetzt habe ich zehn Münzen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich habe einfach zehn fucking Münzen. Ich kürze es hier einfach mal übelst über die Wiese ab. Das ist der krasste Shortcut, den ich hier genutzt habe. Von elf auf zwei. Muss ich mir am Ende nicht selber als Schmerz zufügen. Aber man könnte meinen, ich bin so ein Emo-Spieler. Wer sich beim Spielen selber verletzt. Aber ich nehme jetzt einfach die Ultra Shortcut. Ja, wahrscheinlich die Ultra. Ich bin der Münze ausgewichen. Und dann bin ich einfach komplett aus meinem Konzept rausgefallen. Fuck my life. Ich bin schon wieder Zehnter. Von elf. Aber Yassin ist hinter mir. Die Yubi-Family ist einfach noch schlechter als ich. Oh, ne Acht. Aber ne Acht sind noch Münzen dabei. No way. Ich habe sieben Münzen. Ich will keine. Wirklich. Oh, ne. Ich versenke mich jetzt einfach selber irgendwo. Oder ich verletze mich jetzt selber an diesen Blumen. Ja. So. Zack. So. Muss ich noch einmal verletzen. Da kommen doch noch mal Blumen, oder? Und ich bin noch nicht letzter. Aber da kommt ein weißer Yoshi hinter mir. So. Zack. Als ob ich nicht getroffen werde. Warum? Diese Challenge ist scheiße. Das ist mal no job. Alter. Aber es geht mit Knochen trocken ab. The fuck. Let's go. Das sind schon safe zwei Treffer, die ich mir geben muss. Jetzt nur noch einer. Scheiße. Dritte Münze. Aber kein Eck. Drei Münzen auf einmal darf man verlieren. Aber wie gesagt, in den ersten zwei Runden ist das noch gar nicht so kritisch. Die kritische wird es immer gegen Ende. Alles gut. Alles gut. Bin immer noch förder. Oh, da vorne ist eine Bombe. Sehr gut. Die ist explodiert. Die ist hochgegangen. Wie Hefeteig. Alter, ich bin der beste Rapper. Ich bin auf der 2. Ich muss da irgendwie zwei Treffer kompensieren. Ich muss mich von dem Treffen. Ich wollte mich von dem Treffen lassen. Okay, trifft da vorne den ersten. Gebt mir irgendwas mit der Arbeit. Oh, ich hätte die Banane fahren müssen. Aber da. Ich weiß nicht. Aber nicht, dass ich wieder vorm Ziel stehe und noch Münzen auf dem Konto habe. Das ist nicht der Plan. Leg doch Bananen auf die Strecke oder so. Irgendwas Einfaches. So, ich nehme den extra nicht das Schutzschild. Dass ich von was getroffen werde. Trifft mich doch. Ja, Bombe. Sehr gut. Jetzt noch einen Treffer brauche ich. Einen Treffer muss ich noch kassieren. Einen. Komm schon. Drückt mir irgendwas rein. Bitte. Gebt mir eine Banane oder so. Nein, ich habe noch eine Münze gesammelt. Es ist einfach nicht möglich. Es ist nicht möglich, mit null Münzen ins Ziel zu kommen. Das Spiel sagt einfach so, nö. Bist zwar letzter, aber Münzen, die wirst nicht los. Alles gut. Und ich würde sagen, Challenge kläglich ist gescheitert. Wird besser. Wird besser. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ja, in dieser ein bisschen neuen Art. Wenn dem so war, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Schaut bei meinen Streams vorbei oder bei meinen anderen Videos. Hau nicht den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.